Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Wie beenden Türken eine Beziehung? Wir können ja trotzdem noch Geschwister bleiben. Wie nimmt man einen schwarzen Magier? Ugandalf. Polizei, aufmachen! Ich will keine Eier. Wir haben keine Eier. Ich weiß. Wenn Chuck Norris ins Kino geht, bekommt er eine Fernbedienung. Mich hat eine Schlange gebissen. Wie sah sie denn aus? Wie ein wütendes Seil. Im McFit sind echt nur Gaffer. Kaum kommen zwei Mädels in den Handelraum, schauen plötzlich alle, wie ich mir einen runterhole. Sarah und Pietro sollten für den Umweltpreis nominiert werden. Der erste Müll, der sich selber trennt. Was ist der Unterschied zwischen einer Spielekonsole und einem Pferdeschlachthof? Das eine ist eine Sony Playstation und das andere eine Pony Slaystation. Meine Freundin war auf dem Klo und hat vergessen zu spülen. Von wegen, der passt da nicht rein. Sie? Warum schreibst du nicht zurück? Er? Ich habe keinen Empfang in der Friendzone. Riecht das für dich nach Chloroform? Ih, das riecht die Sperma. Sorry, falsches Taschentuch. Ich könnte zwar wegfliegen, laufe aber lieber ganz schnell. Jede Taube. Immer. True Story, ne? Das ist schon echt. Der Lehrer sagte, wir sollen alle klatschen. Also habe ich alle geklatscht. Ali, 15, sitzt beim Direktor. Drucker sind die Katzen unter den Elektrogeräten. Für wen kauft ein Egoist Obst? Pfirsich. Ob Duschkopfhersteller bewusst ist, wofür Frauen die Massagefunktion benutzen? Ich? Druckauftrag abbrechen, Drucker. Äh, ja, warte, ich druck das nur noch schnell aus. Als wäre mein Penis nicht schon klein genug. Nein, jetzt kommt auch noch der Winter. Ich hätte einen super Gag von meiner Einäscherung. Alles hängt davon ab, ob ich es schaffe, kurz vor meinem Tod 50 Kilogramm Maiskörner zu essen. Treffen wir uns noch auf ein bis zwei Bier? Klar, aber zwölf schreibt man ohne Bindestrich. Oh, da ist ja eine Flasche von einem guten Sekt aufgemacht. Gibt es einen besonderen Anlass? Bier ist alle. Hab meiner Freundin zu Weihnachten eine PS4 gekauft. Ach ja, ich hab ja gar keine Freundin. Sowas doof ist auch. Ich, du hast mich und ich will eine PS4. Wie heißen Sie? Jason. Können Sie das buchstabieren? Juli, August, September, Oktober, November. Jedes Mal, wenn ich die zuhören muss, denke ich mir, dass 10 bis 25 Jahre für einen verurteilten Mörder eigentlich gar nicht so viel sind. Die Stadt Köln will an Silvester nun 10 Mal mehr Polizei am Dom haben. Die wissen schon, dass 10 Mal 0 gleich 0 ist. Lustige Witze gibt es immer freitags um 17 Uhr. Mit einem Daumen hoch würdest du mich grandios unterstützen. Und wenn du gerade neu hier bist, abonniere doch meinen scheiß Kanal. Bis nächste Woche.